Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3, mit hier. Hallo, ich bin wieder da. Jo. Also letzte Folge war ja wirklich, fick dich ins Knie. Scheiße. Ja. Ähm, Bill, bist du bereit? Warte. Weil, sobald wir die Tasse drücken, müssen wir, glaube ich, ganz schnell sein. Erstmal wieder hacken. Oh ja. Spannend. Hä? Nach oben. Hä? Du bist rechts. Ich bin noch links. Nein, du bist rechts. Ach so. Das ist das Ding. Ehrlich? Du musst zu mir kommen. Jetzt muss ich schon noch prozedieren. Ja. Nimm den unteren. Ja, wollte ich machen. Ehrlich? Für eine Werkbank. Wir müssen aber Richtung. Wir müssen zurück. Warte, was soll ich? Das ist ein, das ist doch ein optionaler Bereich. Ziel. Was hast du gefunden? Konsum. Stopp. Okay. Ich hatte, ja. Musst du nochmal gucken. Wegen Timer. Ich schau mal, wie viel... Ach, es geht ja noch. Szenario 5. Szenario 5. Was für Menge heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst. Wir alle. Und jetzt nicht. Check, ey, ihr meint, wer das für uns erledigt. Ich guck eigentlich nach dem neuen Modul, was du gerade gesammelt hast. Bist du müde? Ach, ja, ein bisschen. Ich hab doch jetzt gar kein... Ach, diese Waffen bauen. Hast du eigentlich schon neue One Piece folgen? Bitte? Weißt du eigentlich schon neue One Piece folgen? Äh, ich guck im Moment kein One Piece. Ich meine auf, ähm, ähm, deutsche... mit deutscher Syncro. Äh, ich guck wirklich gerade kein One Piece. Keine Zeit. Ja, Leute, wir gucken Animes. Oder Anime, wie die meisten sagen. Animes in der Mehrzahl, oder nicht? Ja, könnte man auch sagen. Okay, dann behalte ich die Waffe, wie sie vorher war. Okay. Geh vor, Kommandant. So, hast du nachgeladen? Sucher-Bot-Wart... Oh, jetzt ehrlich, das auch noch. Ist dein Bot auch zurück? Ne, ich hab den gar nicht durchgeschickt. Ich schüttel ihn gleich oben los. Was heißt oben? Äh, im zweiten Stock, wo wir gleich hinfahren. Aber ich könnte ihn hier auch schon rausschneißen. Kannst du machen. Stase, Stase, hab ich voll, du auch? Ja. Ja, gut. Starte das Teil. Kommt er? Schick schon mal den Bot los. Munition wird knapp bei mir. Aber wird schon. Hä? Kommt doch nicht. Ich hatte in Erinnerung, dass auch jetzt zwei kommen. Schätze, du hast clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Dein Tag wird noch um einiges schlimmer. Das ist jetzt optional. Hm? Aber wie mache ich denn optionale Quäste? Keine Ahnung. Ich habe... Ich glaube, die machen das so schon. Wir müssen da lang. Wo geht's hier lang? Nirgends. Alle infizierten Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du, du jagst mir eine Kugel in den Schädel. Aber ich habe hier an Armee wie das Gegenteil behauptet. Ist der Kerl ein Zischopard? Ein bisschen. Das ist ein Logischer, hier hoch oder Leiter. Ist egal. Ach. Ja. Siehst du das da? Was denn? Da hinten ist... C4... dran. Das hier? Hinten. Das da? Ja, zum Beispiel. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass ich es weggemacht habe. Ich hoffe auch nicht. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ach, schluch. Ach, schluch. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und zünden. Oh, schade. Entschuldigung. Ich habe mich schon gefragt, warum. Ich sehe hier was von der Quarantäneabriegelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay. Ich nehme mich dann nach oben, sobald ich nicht mehr angegriffen werde. Hm. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäneabriegelung aktiviert. Wo sind Sie? Shit. Ich sterbe. Wo bist du denn? Hier hinten. Oh, danke. Halt dich, halt dich. Halt dich. Alter. Headshot. Genickt euch. Ach, doch. Kontamination registriert. Quarantäneabriegelung aktiviert. Was ist das? Das ist jetzt. Verpisst euch doch. Von wo aus hast du? Da. Da. Pass auf. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäneabriegelung aktiviert. Musst du hacken? Ja. Okay. Überbrückung akzeptiert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Du bist der vorgesetzte Offizier. Würde ich mal sagen. Ja. Oh Mann. Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was dich bewegt. Ja, sicher. Aber dein tolles Arsenal hat dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Doch. Auch das kann ich killen. Was kannst du killen? Stromschläge. Meine Waffen sind zu langsam. Ich muss wieder... Ich brauch mehr Waffenteile, ey. Buckle. Edwards hat eine Art elektrische Falle ausgelegt. Sieht nach was selbstgebasteltem mit Kurzstreckentransmitter aus. Kurzstrecke, was? Das Steuergerät muss in der Nähe sein. Wenn sie es finden... Erledigt. Wow. Der Typ denkt wirklich, er wäre helle gewesen. Ich glaube... Lass ihn reinlaufen. Hä? Der ist schon tot? Ich mein den. Lass ihn reinlaufen. Ähm... Ach so. Ach so ist das. Da. Da hinten. Ach schuss. Alles gut? Ah ja. Ach ja, ja, ja. Was denn? Noch ein Chip. Nachladen. Ich habe nicht Probleme mit dem Nachladen, sondern... Dass er auch schneller schießen sollte. Liegen bleiben. Was sagst du? Ja. Ich würde mir ein paar neue Waffen gerne wünschen. Ein paar bessere. So wie meine? Ja, so in etwa. Und so einen coolen Anzug wie meine? Nein. Nee, nicht. Der ist cool. Überraschung! Schäfte, du wusstest nicht, dass man die Gravitationsummantelung inventieren und jemanden an der Decke festtackern kann. Ach nee. Ich habe es auch erst gewusst, nachdem ich es ausprobiert hatte. Hör zu. Steig in den Gravitationsfluss. Oder hast du Schiss? AdWords hat eine Art Gravitationsfeld zurecht gebastelt. Ja, ich sehe es. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Ach, nur Probleme auf diesem Schiff. Hätten wir doch besser sein lassen sollen, wa? Ich glaube, Waffen bauen tue ich gleich nach der Folge. Gibt es da oben Probleme? Nö, aber unten. Ähm, ja. Du musst da weg. Du weißt doch, ich brauche Platz. Wo ist das Ding? Das ist hier vorne. Ja. Oh, Mann. Was? Aktivieren. Der Hebel fehlt. Du hast auch keinen, ne? Nö. Geh runter. Ach, fuhr. Orientierungsschwierigkeit. Ist ja nicht schlimm. Du blockierst. Dieses Leiter-System, ne? Ist doch gut. Ja, sicher. Passiert auch mal was? Lad mal nach. Hab ich schon. Gut. Ich laufe die ganze Zeit mit gelahnenen Waffen. Mö, 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 mö. So ist das. Müssen in den Aufzug. Aber vorher möchte ich noch alles sammeln. Ja. Ah, da ist was. Stimmt doch. Da ist was wahres dran. Warte. Ich stelle den. Das steht hier sicher nicht ohne Grund. Ja, für später vielleicht. Ah, ne. Äh, warte. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann dich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Tut mir leid. Da oben. Aber ich will nicht sterben. Ich stelle mir einen Platz zum einen Bunker durch, da waren alle Ecken für uns. Und. Ich ne Kacke. Zünden. Man sieht sich. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Halt. Irgendwas hat mich in die Luft gejagt. Ja, so ein Selbstmordkommando da. Eine mit der Boba am Schwanz. Super. Oh, ich hab keine Lust immer wieder alles neu zu sammeln. Ich hab nicht. Ich aktivier's jetzt einfach und gut ist. Warte, warte. Wir durften uns die Sterne irgendwo zum einen. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann dich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Hier ist doch gut. Tut mir leid. Da hinten ist nur die eine. Aber ich will nicht sterben. Neben dir. Ich weiß. Computer. Sprengstoff scharf machen. Und. Zünden. Man sieht sich. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Quarantäneabregelung. Oh, ne. Oh, ne. Falt dich mal. Achtung. Kontamination registriert. Quarantäne-Abregelung aktiviert. Oh, Gott. Warte. Das ist so schwachsinnig. Was machst du da? Ich beschütze dich. Dreh du auf. Du hast gerade kurzzeitig da rumgedreht. Ich zieh jetzt ab. Versteh das nicht. Lass mich mal. Aha. Überbrückung akzeptiert. Kein Problem. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Nein. Das tue ich nicht. Welche Offizier? Hier gibt es kein Offizier. So. Alles einsammeln. Wo bist du? Hier vorne. Gut. Wir müssen den Part beenden. Ah ja. Gut. In der nächsten Folge sehen wir, wie es bei Dead Space... Äh? Dead Space. Was machst du in dir? Drei weiter geht. Reingehauen. Drei hin. Vielen Dank.